Ok, warum kämpfen wir jetzt? You will continue story later, now we fight. Nehmen wir den Badass, den Badass natürlich. Nikolai. Boah, der haut wie alles kaputt. Der haut schatz drauf. Boah, Wheel Kick. Was sollen wir überhaupt machen? Kloppen. Ich dachte eigentlich, dass ich gegen den kämpfen muss, wie sich das gerade angehört hat. Stark. So, ich kann das Taxi aufnehmen. Kann ich. Boah. Wheel Kick. Kommt wieder drauf. Wenn das nicht Punkte gibt, dann weiß ich auch nicht. Spaß mit dem. Oh mein Gott, der ist geil. Gucken wir mal, ob ich was aufladen kann. Ne, da kickt mir meiner raus. Elektro-Handschüchen. BAM! BAM! Na komm ich mal her. Headmastery-Configuration? Das.. Ja. Hast du's? Whoa... The hell is that? It will be done. Calm your self. Holy shit, ich hatte recht. Oh, oh, was kommt da für ein Viech? Wollen wir mal checken? Das wär doch mal was. Holy shit, ich bin daneben gelaufen. Können wir die Mutants? Ja, oh! Sie garantiert, die will machen. Scheiß Mist. Und Execution. Oh! Boah! Nicht schlecht. Natürlich kommt noch einer. Komm, 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 komm. Alter! Okay, das letzte Mal. Der kann aber nicht mehr. Punch gegen Punch. Alter, komm schon. Ich kann doch nicht mehr aufstehen. Ja, auf der PC kann wahrscheinlich heavy-ricks spam. Miete, Energie, Batscha. Butscha, Butscha. Ja, klar, nicht so viele. Wow. Eindruckend, wie die spammen können. Komm schon, Leo Tank. Boah, alter Schwede. Die Viecher jetzt grillen. Wolltuch, wow. Wie lange in der Attacke festhängt. So, das Spiel ist echt. Wow. Soll ich nicht mal reagieren. Komm schon, verreckt doch, endlich. Beide konzentrieren sich natürlich auf mich. Okay. Der scheint platzend zu sein. Ah, spamm ich ne heavier Zeg. Klappt das nicht so ganz? Egal, drauf. Execution. Oh, ein Blitz. Oh, old up. Hm, war nicht so erfolgreich. Immer in Silvaner Key. Fast bis zum nächsten Level. Okay. So, was's next? Okay, die tausend Punkte, die krallen wir uns locker. Irgendwas zu hinten? Ah, hier kann man her. Moment. Wenn Nikolai da rauskommt, kann ich das so garantiert auch. Hier ist aber nicht wirklich was. Die Viecher sind nämlich dahinten gespawnt. Guck mal immer gut zu mir. Oh, wie nett. Nimm sogar deinen Aufzug. Nur um gekillt zu werden. Okay. Sehr schön. Wo ist denn der Rest? Der muss da unten sein. Hier bin ich. Immer schön brav nachkommen. Okay, ich kenne nicht mehr viel. Sechstausend Punkte nur ungefähr. Die Viecher dürfen mich nicht stun. Mann, warum kommen die denn nicht da runter? Okay, 5000. Dann hätte ich dann wieder Angst. Welches Viech kommt? Bitte keinen Mut an. Das wäre jetzt schlecht. Ah, der Typ. Der kommt nicht in meine Richtung. Der macht gar nichts. So viel dazu. Okay. Mutation of Madness. Das ist auch wieder da hinten hin. Ah, gerade verpasst. Dann wollen wir mal. Defeate the Berserker Mutant. Oh ja. Der ist fliechfreundlich. Wollen wir mal sehen. Boah, das macht ja kaum Schaden. Okay. Wow, hold on him up. Wieso treffe ich den nicht? Okay. Schon ein bisschen besser. Gar nichts. Items. Komm, 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 komm. Ja, das ist gut. Damage, damage, damage. Komm, noch so ein Ding. Ja, besser als nichts. Toll, was bringt das? Er ist gestunt. Greifen ist nicht. Vielleicht so. Er ist immer noch gestunt. Immer nochmal. Okay, das macht ein bisschen mehr Schaden. Da drauf. Wir haben ihn bald. Oh. Macht zwar wenig Schaden, ist aber egal. Okay, soviel dazu. Muss wohl gerade geblockt haben, oder so. Übernehmen. Das ist die Kacke, dass man die anbissieren kann. Schon wieder. Okay, wir haben ihn bald. Komm schon, Execution. Die Bonuspunkte nehmen wir noch gerne mit für Execution. Platinum! Wer sagt's denn? Oh, Tiger, Tiger, Tiger. Welchen Idioten haben wir denn da wieder? Wieder den Typen von gerade? Hm. Geht's erstmal voll weit hoch. Okay. 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 Okay.